Der 31. März ist internationaler Aktionstag für Transsichtbarkeit und ich bitte dich, nimm dir diesen Tag zum Anlass und werde auch du aktiv, um etwas gegen die Diskriminierung von Transmenschen in Deutschland zu tun. Mein Name ist Tessa und ich bin eine Frau. Damit aber dieser Staat mich so akzeptiert, müsste ich nach gültigem transsexuellen Gesetz zwei psychologische Gutachten über mich ergehen lassen. Ich müsste mir intimste Fragen zu meiner Kindheit, zu meiner Beziehung oder zu meiner Sexualität gefallen lassen und ich finde, das ist sowas von entwürdigend. Ich möchte meine Menschenwürde behalten und ich möchte mich nicht vor einen Richter stellen müssen, damit dieser für diesen Staat entscheiden kann, ob ich die Frau sein darf, die ich in der Öffentlichkeit jeden Tag stehe und deswegen bitte ich dich, unterschreib unsere Petition zur Abschaffung der Zwangsbegutachtung, damit Transmenschen in Deutschland endlich ihr Selbstbestimmungsrecht bekommen.